Videos an, auch wenn du Engländer wirst. Hä? Er klöt'n Frosch. Ich hielt'n Frosch, eindeutig in Deutsch. Nein, hab ich nicht. Nein, das ist nur ein Kildesist gewesen. Alter, was da jetzt Granaten reinkommen. Ja, das was kriegen wir gerade gar nicht. Oh, dann nehmen wir einen anderen Sande. Meine Granate hat da drüben auch noch irgendjemanden erwischt, aber ich glaub der ist nicht gestorben. Nein, das kannste knicken, egal wo du sponst. Das ist geil, Crimson Gluff, Alter, bestes of ever. Oh, geil, tot. 2 Cent gemacht, den er vor 21 Minuten, Alter. Geil. Ja, ich hab 26 Cent. Ich hab... Moment. Ich glaube, ich muss mir eladen. Insgesamt in 34 Minuten jetzt 29. Man muss schnell in der Com Array, solange da der Wegpunkt nach am falschen Ort ist. Wo ist der Gerader? Ich bin der Com Array, Alter. Ich bin jetzt grad bei der Palisade. Mach jetzt zu Twi-Squad, Alter. Rire of the Lord. Level 100 habe ich nicht weggenommen. Die saudi elendige Sniper-Sau. Scheiß Sniper. So, Push, Push, Push... 拭u-Scheh... Must. Bu ich finde es auch wie das team die viel schwer zu töten sind wie die manus ich habe gesagt das spiel hängt sich auf aber er ist nicht bei mir nur so sondern ja doch übelst kugelt aber irgendwann weil auch mit dem galaxy oder da unten irgendwo fliegt eine galaxy ich sehe sie auf der karte aber ich finde sie nirgends achten wir haben ja drei kills brauchen wir noch aber das ist unser aber ich weiß nicht mal was am besten nimmst du die gegnerischen noch zuvor ich habe nicht mehr wieder von hinten geräumt zwei schüsse scheiße wird die ganze von hinten weggeschossen aber ich war aber au dort mit wie vor die hiebe gesniped worden ein voll verbödeten sieben in dem halte ich bei dir und es bleibt mich vorliegen weg und ich habe ich so er musste gerade kommt sogar die libs ja wir haben immer sex lebt auch hinter dem zu gelegt hat einer wisch ja geil und schon wieder vom verbinden jetzt wurde ich gerettet jetzt wurde ich gerettet von kv99 gehalten ist wieder das geschenk geschrieben wahrscheinlich irgendjemand der sorry schreibt er geht nur der ursprünglich wird getötet und die ost wird er aus und jetzt würde er nicht den zolligen muss der klärenforsch der klärenforsch vor allem schüttel grüße kürt guckst du unsere video dann auch wenn du engländer wirst der klärenforsch ich bin ein deutlicher deutscher namen und da war er also ja wenn das so wie mit schreibt er ja das ist ein englisches spiel das auf meinem normalen fall englisch egal ich schreibe auch immer deutsch weil ich deutsch bin wir müssen uns einfach kennen wir sind youtuber deutsch deutschland der welt wir sind die am meisten youtube über die zeit gemacht haben glaube ich 80 millionen ambulanten und das ist ganz deutschland kann das sein dass wir die meisten videos haben von blende zeit zu bei keine ahnung ja wir bestimmt 300 360 müssten es bald sein ja aber du hast die meisten gemacht du hast irgendwie 200 gemacht ja ok wir haben auch wenn ich wir sind ein kanal also wir haben das gemacht ja von diesem kanal gibt es insgesamt 300 über 300 aber jetzt mit uns sind schon locker 400 ja bis mal hier müssten wir mal bei soe anschauen sagen hey leute wir machen schon seit 400 videos videos 400 videos videos und darum wollen wir videos ja was kann man anschreiben stellen du kannst doch englisch oder man verdammt durch schweiße ja das wirst du bist du die besten spotter von den haben oder was ob sie uns kleider ich würde keine ahnung mal erwähnen von mir ist auf dem dürfte hauptseite oder so er ist zu beurteilen 1000 amerikaner darauf und es wird nichts es ist mir scheißegal aber man könnte mal was machen und wir setzen tag drauf an es ist so die was müsste erwarten nein es ist nicht so so ich habe ein anweisungsabdeck geschafft eines saison es machte die er 22 und jetzt als an die herrisch muss an die spart kommen wo schon die wichtig der kosmos alter heftig was hier abgeht ah 14 jetzt machen wir ein bisschen study power hier ich habe mir gerade eine base einur für oder wir verteidigen sie verteidigen okay vielleicht siehst du auf der aber das tun wir eigentlich ziemlich gut ja wir müssen aber irgendwie drumrum alles machen wir von hinten nehmen dass wir einmal von hinten ran heißen sorry also drunter und so ein 715er kann man ja mal ein paar Städte wenn ich überhaupt nicht mehr von der Seite also aktuell würde ich lieber kein Panzer 10 an seiner Stelle schon zu spät bis ihr kommt hier ich will kein Panzer 10 ja war schon zu spät und versteckt für dich du kannst halt aber das ist halt ja ein ziemlich sicherer Tod sicherer Tod natürlich ist es mein Tod da schau ich helfe dir von oben mit Rockets ja Sandra Kill gut weil ich habe dem Lightning hinter dem der Rocket auf den Schwachpunkt gegeben ja habe ich noch gekriegt jawohl ja aber er hat mich halt auch ja egal ich habe es nicht bekommen da hat sich hier das andere Rakete und der Lightning King also das hat sich doch gelohnt ja ich bin auch für dich gestorben ja das finde ich gut immer untergekommen und habe dann noch den Rocket auf den Lightning gehauen den du dann gekillt hast ja wir haben gepusht wir sind durch dafür hole ich mir jetzt die Sky da hinten dass wir durch sind Bats wo Luftschaden zack Verdienstabzeichen jetzt rennt die Skyder wenn sie nicht gleich landet ist er am Arsch kompletten Kill 100 und da steht einer oh man wo steht der ins Ö ne 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 warum gibt es hier keine Tode jetzt will ich einmal Sunny es gibt keine Toten ja dort gibt es Tote ah ich schieße mir wieder selbst mit der Rakete tausend Tote hier oh ja da liegen jetzt echt tausend Tote das gibt Punkte viele Punkte ja ja echt da liegen echt tausend Tote ich weiß nicht was sie da getrieben haben äh Party ja es haben wir gespielt und T4 und Kandidaten und alles und Tote und Sterben und Leid und Weinen auf jeden Fall es gab es jetzt jede Menge Punkte ich habe jetzt innerhalb von 6 Minuten 21 Third Punkte gemacht hat er nicht gehört ich habe zu dir besucht 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6